Wie hat sich der Immobilienmakler und natürlich auch der Immobilienmarkt gewandelt? Was ist da passiert in den letzten Jahren? Wir sind ja jetzt beide sehr lange im Markt, wir haben viel Erfahrung. Was motiviert dich? Was treibt dich an? Gerade in der Zeiten, wo... In dieser Podcast-Folge habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Ein alter Freund, ein alter Wegbegleiter. Wir haben in 2023 wieder ein bisschen zueinander gefunden. André Zahedi aus Darmstadt, ein wirklich mordsmäßig cooler Makler. Für mich der Makler mit der besten Fotografie im Markt. Also wirklich outstanding. Lieber André, herzlich willkommen bei mir im Podcast und schön, dass du da bist. Danke, lieber Heinz. André, wie lange bist du denn schon Makler? Seit 37 Jahren bin ich Makler. Darmstadt in der Umgebung. Seit 37 Jahren. Das heißt, wir beide zusammen sind sozusagen über 70 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Das heißt, wir haben einiges, glaube ich, zu besprechen heute. Erzähl doch mal, André, aus deiner Perspektive, wie hat sich der Immobilienmakler und natürlich auch der Immobilienmarkt, aber speziell der Immobilienmakler, gewandelt? Was ist da passiert in den letzten Jahren aus deiner Sicht? Ja, in den letzten Jahren hat sich der Markt gravierend geändert. Wie jedem mal bekannt ist, wir hatten ja Zeiten gehabt, wo die Zinsen sehr unten waren, also sehr tief lagen, bei gut 1% und auch niedriger, was halt auch die Versuchung groß war und viele gekauft haben. Also da musste man nicht viel tun, um eine Immobilie gut zu platzieren. Heute in 2023 haben wir Zinssätze, die weit über 4% gehen. Das heißt, der Markt hat sich geändert und heute ist mehr als denn je Professionalität gefragt. Und das geht um das Geld der Käufer oder auch Verkäufer. Das sind Entscheidungen, die oft ja auf das Leben auch getroffen werden. Und da ist halt die Professionalität und auch eine gute partnerschaftliche Kommunikation gefordert. Und da wird sich dann derjenige positionieren können am Markt, der halt dementsprechend diese Erfahrung mitbringt und auch nachhaltig in diesem Thema auch arbeitet. André, eine Sache, was war, weil du hast dich ja bewusst auch für das Thema Qualität. Ich erinnere mich noch an das Thema Fotos. Du hast dir ja ein Mega-Equipment zugelegt, hast da wirklich ganz tolle Sachen gemacht und was tatsächlich nicht so ist, was der Standard macht. Und du machst ja tatsächlich alles auch in einer sehr, sehr hohen Qualität. Würdest du heute sagen, das ist es genau gewesen, was deinen Erfolg ausmacht? Unter anderem ja, das ist eine unserer Spezialisierung. Im Endeffekt, wir verkaufen Produkte, die mehrere hunderttausend, sogar über Millionen kosten. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine Immobilie dementsprechend schlecht präsentiert. Man sagt immer, für den ersten Eindruck hast du keine zweite Chance. Verstehe ich. Wie würdest du denn sagen, wie sieht denn da der Markt aus? Wie beobachtest du den Markt, was das Thema Qualität angeht? Also Immobilienmakler, Qualität, wie würdest du das sehen? Ja, ich stelle fest, also die Feststellung, dass so gut 70 Prozent der markttätigen Makler leider doch nicht die Qualität halt liefern. Und gerade auch bei hochwertigeren Immobilien und auch vielleicht bei nicht ganz so hochwertigen Immobilien ist doch gravierend Entscheidungen getroffen werden, wenn man die Immobilie als solches gar nicht erst wahrnimmt. Das Potenzial einer Immobilie wird halt durch eine gute Präsentation erst richtig, wie sagen wir mal, für den ersten Eindruck hat man keine zweite Chance. Wohnimmobilien werden in der Regel, wenn wir bei Wohnimmobilien bleiben, da bin ich auch spezialisiert darauf, die werden in der Regel zwischen 80 bis 95 Prozent emotional, werden die Entscheidungen getroffen. Und wenn ich genauso zu einem Bewerbungsgespräch gehe, ich würde mich jetzt irgendwo vorstellen, würde ich ja auch nicht mit dem Jogginganzug hingehen, wo ich da drei Wochen halt anhabe und versucht mal vorher zum Friseur zu gehen, dass man sich von seiner besten Seite her zeigt. Eine Immobilie, die gelebt worden ist, wo Menschen, die jetzt vielleicht in den Ruhestand gehen oder die Kinder aus dem Haus sind, da hat ja so gewiss eine Geschichte erlebt. Da sieht man Häuser, da wo Wohnungen, wo die Räume von den Kindern noch dementsprechend vielleicht missbraucht werden als Abstellraum. Und jetzt soll eine neue Familie da Platz finden. Und die Leute können sich in der Regel das halt nicht vorstellen, wenn der Rollator noch rumlädt, die Toilettendeckel offen sind oder irgendwelche Dinge, die halt so als Geschichte von den Vorgängern zu sehen sind, wenn sie in die Schlafräume kommen, wo Medikamente und sonstige Dinge da rumliegen, die einfach vielleicht auch abtörnend sind. Und es gibt nichts Besseres als Vergleich auch bei Immobilien mit Autoverkauf. Jeder Gebrauchtwagenhändler würde seine Immobilie, sein Auto dementsprechend aufbereiten, vorher polieren, sauber machen, reinigen. Und da frage ich mich halt oft, was passiert auf dem Markt, dass Eigentümer oder auch manche Makler diese Botschaft nicht weitergeben. Weil wenn die Immobilie nicht lecker ausschaut, wie sollen dann bitteschön die Kunden sich das auch richtig vorstellen können, dass das dann mal später ihre eigene Immobilie ist, wo sie da leben und wohnen werden. Und gerade die Frauen sind es ja diejenigen, die meistens auf dieses Thema großen Wert legen. Wenn sie das Gefühl nicht am Anfang schon haben und das Gefühl haben, ach, das ekelt mich hier an oder irgendwie, dann haben die Leute einfach keine Lust, sich die Immobilie tiefgründiger anzuschauen. Oder, was als Eigentümer dann der Nachteil ist, dass die Leute dann gewaltig Preise versuchen zu drücken, weil sie einfach merken, naja, die müssen wohl oder die haben das Haus nicht gepflegt. Und das ist halt nicht förderlich für den Verkauf einer Immobilie, meines Erachtens. Genau, also absolut, da bin ich voll und ganz bei dir, ja. Wenn wir jetzt mal, du hast gerade eben gesagt, so der Markt, gerade so von den Niedrigzinsen zu den Hochzinsen, ich sage gerne, in der Vergangenheit hat es Geld auf Deppen geregnet. Also da hat ja wirklich irgendwie jeder irgendwie eine Immobilie verkaufen können. Da hättest du auch genauso, was weiß ich, ein 14-jähriges Kind, jungen Jugendlichen mit einem Schild durch die Stadt schicken können. Der hätte auch wahrscheinlich irgendwie eine Immobilie an die Frau oder den Mann gebracht. Egal. Was hat sich aus deiner Sicht oder wie, bessere Frage, wie hast du dich denn auf diese Veränderung des Marktgeschehens eingestellt? Weil es war ja schon jede Menge, also zumindest war es meine Wahrnehmung, jene Menge auch Negativität im Markt drin. Also Makler haben sich beschwert und ach, das ist alles Kacke. Aber wie hast du das A wahrgenommen und B, wie hast du dich darauf eingestellt? Ja, das Thema ist, was ja die meisten aus unserer Branche auch mittlerweile feststellen, es gibt viele Eigentümer, die immer noch davon träumen, aus diesen letzten zehn Jahren, wo die Immobilienpreise immer weiter, immer weiter, immer weiter gestiegen sind aufgrund der sehr günstigen Zinssituationen. Die Kunden standen da, wir hatten innerhalb von 48 Stunden, wenn wir eine Immobilie online gestellt haben, da hatten wir teilweise 80 bis 120 Anfragen. Wir sind heute froh, dass wir vielleicht 80 Anfragen bis 100 Anfragen überhaupt im Monat haben für alle Immobilien. Es hat sich in der Qualität einiges verändert. Wir haben jetzt mittlerweile seit etwa gut einem Jahr, das kann man überall nachlesen, das sind circa zwischen zweieinhalb bis teilweise dreimal so viele Immobilien auf dem Markt. Warum? Weil auch viele einfach nicht verkauft werden, weil die überteuert ins Angebot reingenommen werden. Und gerade hier, wenn ein Mehrangebot da ist, das heißt, wir haben mittlerweile heute einen Käufermarkt. Vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren, hatten wir einen Verkäufermarkt gehabt. Und da ist es noch wichtiger, die Immobilie besser zu positionieren. Das heißt, was heißt das zu positionieren? Also ich bin eigentlich kein Immobilienmarkter in dem klassischen Sinne. Ich sehe mich oder wir sehen uns als Marketingagentur für den Eigentümer, der seine Immobilie verkaufen möchte. Und wenn die Marketing vernünftig, stimmig ist, dann kann ich auch die Immobilie als Fokus in der Masse der Immobilien, die jetzt teilweise, wie gesagt, zweieinhalb bis dreimal so viele Immobilien auf dem Markt sind, dass die halt herausstechen. Und wenn eine Immobilie aus dieser Masse der Immobilien nicht heraussteht, wo man das Gefühl hat, dass hier der ganze Dreck und allem drum und dran mitfotografiert worden ist, warum soll ein Kunde sich das überhaupt anschauen? Weil es ist oft die Frauen, die sich das gerne erst zuerst anschauen. Und wenn sie nicht gerade auf der Suche nach einem Schnäppchenjäger sind und der Eigentümer tatsächlich den Bedarf hat, die Immobilie so gut wie möglich tatsächlich zu verkaufen, dann macht es Sinn, eine vernünftige Marketing hinzustellen, dass die Immobilie dann auch wirklich, sagen wir mal, gerecht verkauft wird und dass man nicht das hart verdiente Geld dann irgendwo in die Mülltonne kippt. Ja, also das heißt zuallererst mal Marketingagentur, finde ich ein sehr cooles Bild dafür, dass man wirklich alles in die Waagschale reinwirft. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, jetzt war es ja in der Vergangenheit so, dass der Makler auch, wenn er so, ich sage mal, Pi mal Daumen den Wert eingeschätzt hat, das trotzdem irgendwie noch hin deichseln konnte. Es war in der Zeit ja auch keine Kunst. Das war keine Kunst, genau. So, wie ist es denn heute? Ja, heute ist es so, wir hatten damals in diesen Zeiten teilweise nur ein Tool benutzt, um den Preis einigermaßen hinzubekommen und dann die eigene Erfahrung. Heute in der Zeit benutzen wir mittlerweile sechs Tools, weil wir müssen den Markt beobachten. Wir müssen uns Dienstleister in Anspruch nehmen, die den Markt professionell beobachten. Das kostet halt große Abos, die auch ein Privatmann sich nicht leisten kann. Und das bringt halt, dass man da einen gewissen Range findet, dass man da vernünftig die Immobilie zu einem Preis anbieten kann, der auch dann tatsächlich am Markt verkauft wird. Man sagt immer, eine Immobilie ist immer nur so viel wert, wie ein Käufer bereit ist zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite, das nutzt ja nichts, wenn du vielleicht der Eigentümer wärst und ich würde sagen, ja cool, du magst mich, ich mag dich. Und wir gehen dann nachher zur Bank und die Bank sagt, ja toll, dass der Eigentümer und ich als Makler uns gut kennen oder verstehen. Sagt er, wie erklären Sie sich das dann bitte? Und gerade aufgrund der Verdopplung sogar teilweise zu zweieinhalbfach mehr bezahlen die Leute jetzt an Kredit ab als vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Und das funktioniert nicht mehr. Das ist eine reine Mathematik. Wenn ich heute sage, bei 1% Zins plus 2% Tegung hat man vor gut einem Jahr für 500.000 Euro monatlich etwa 1,250 Euro bezahlt. Das sind also 1% plus 2% Tegung, also auf 3%. Heute sind wir schon bei 4,5%. Und wenn ich jetzt mal sage, bei 4,5% plus 1,5% Tegung. Das ist genau das Doppelte. Wer soll das bitte schön zahlen? Es gibt ja Kunden, die sagen, ja ist mir egal, suchen Sie sich eine Bank. Aber ich habe noch keine Bank gefunden, die dann irgendwie sagt, ja wir sind auch mit der Hälfte zufrieden. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge und da müssen wir halt darauf reagieren. Und ich nehme einfach keine Aufträge an, wenn die Eigentümer einfach die Voraussetzungen nicht mitbringen oder die Preise einfach noch von Preisen oder Mondpreisen träumen. Da tue ich meinem Auftraggeber keinen Gefallen. Ich tue auch uns keinen Gefallen und am wenigsten dem Käufer. Also falsche Vorstellungen einfach da, das macht halt keinen Sinn. Auch da ganz klar, ich meine, wir haben ja bei uns genau diese Dinge auch entwickelt. Und das schon seit Jahren. Und jetzt nochmal viel, viel spezieller. Und was ja auch bei uns sich ganz klar rauszeigt, dass die, die es anwenden, die, die es umsetzen, haben auch Erfolg damit. Ja, also der Verkäufer, und das ist ja auch so eine Sache, Verkäufer sind emotional getrieben. Natürlich haben die diese Kaufpreise im Kopf, diese Wunschpreise, wie wir ja so sagen. Und die sind gepaart von irgendwelchen Leuten, die ihnen irgendwelche Tipps geben, die ihnen irgendwelche Ratschläge. Alles natürlich Leute, die im Prinzip keine Ahnung haben. Aber so funktioniert ja der Mensch. Der hat irgendwas im Kopf, dann holt er sich irgendwelche Leute, die ihm dabei helfen. Und er glaubt, die haben alle Ahnung. Und jetzt kommt ja die Sache, und ich denke, da können wir beide wirklich einiges zu sagen, ist, dass wenn du jetzt den Makler, also Makler und Makler unterscheidest, wobei viele ja das Wort oder den Begriff schon nicht wert sind, also Immobilienmakler, das sind, ich will es gar nicht in der Tiefe beschreiben. Fakt ist, dass diese Leute, diese Makler, denen natürlich genau das gleiche Lied singen. Die singen ja das gleiche Lied. Das heißt, sie erzählen ihnen irgendwas und sie glauben, ja, wenn der, wenn das sagt, muss das ja stimmen. Ja, es ist auch leichter, mit einem hohen Preis einen Auftrag zu bekommen an einem Eigentümer. Genau. Und das Traurige ist, dass wir halt immer wieder feststellen, dass kommen Kunden, Eigentümer, die relativ recht frustriert sind, weil die mittlerweile eine Doppelbelastung haben, die seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr die Immobilie angeboten haben. Ich habe sogar schon Kunden gehabt, die seit vier Jahren ihre Immobilie nicht verkauft haben, weil man denen einfach Hoffnung gemacht hat. Und das ist halt einfach nicht nachhaltig. Ich bin nicht umsonst 37 Jahre am Markt und ich profitiere auch davon, von zufriedenen Kunden, das spricht sich ja drum. Die Nachhaltigkeit ist für mich ein Riesenthema. Und wie gesagt, es ist mir auch immer wieder eine Freude, wenn ich Menschen habe, die nach 20 Jahren, 30 Jahren, die ihr Haus oder ihre Wohnung schon mal verkauft haben, wieder auf einen zukommen. Ich habe schon die Mannsch eine Immobilie schon zum achten Mal verkauft. Wow. Und das macht schon einfach irgendwie Stolz. Dann weißt du, okay, du hast ja schon irgendwas richtig gemacht. Auf der anderen Seite ist leider die Transparenz am Markt nicht immer unbedingt für einen Eigentümer gegeben. Und viele rufen an und denken, naja, der Makler, der mir den höchsten Preis gibt, das ist der bessere Makler. Aber man wird es in der Regel dann irgendwann mal feststellen, dass es halt leider nicht so ist. Und da muss jeder seinen eigenen Weg halt finden. Also das, da kann man wirklich stolz drauf sein. Also wenn einer acht Mal, also jeder Kunde, an dem man es verkauft hat, dann auch wieder kommt und es über einen verkauft. Das ist natürlich absolut. Besseres Kompliment kann man gar nicht bekommen von den Kunden. Jetzt mal zu dem Thema, was hat sich für dich geändert? Oder wie hast du dich konkret darauf eingestellt? Du hast schon ein paar Sachen jetzt erwähnt. Ich sehe so ein bisschen beim Thema Käuferklientel. Weil wenn die Zinsen sich ja dramatisch verändern, und das haben sie ja, also stark verändert, dann verändert sich ja auch das Käuferklientel. Das sind ja andere Menschen. Das ist richtig, ja. Also wir hatten ja Zeiten, wo die Zinsen bei 1% waren, beziehungsweise unter 1% waren, hatten wir ja, hatte ich vorhin erwähnt schon, zwischen 80 und 120 Anfragen innerhalb von gut 24 bis 48 Stunden gehabt. Das war Wahnsinn. Da mussten wir unsere Strategie auch ändern, um dann auch jedem gerecht zu werden. Nur wir konnten halt tatsächlich die Immobilie nur einmal verkaufen, nicht zehnmal. Heute ist es halt so, das heißt, wir haben wesentlich weniger Anfragen. Die Qualität der Anfragen ist auf jeden Fall besser geworden. Das heißt, die Menschen haben sich oft vorab informiert. Zwar nicht jeder, aber wir versuchen auch in einem Gespräch, in einer Bedarfanalyse vorher festzustellen, inwieweit die Kunden dann tatsächlich auch, wie viel an Liquidität, beziehungsweise wie viel Einkapital die haben, was dann überhaupt, wo die Reise hingehen soll. Was ist denn so dein Ergebnis? Und wenn ich die letzten drei, vier Jahre sehe oder sogar ein, ein Jahr, das sind die Kunden, die heute momentan bei uns kaufen, sind beim Minimum mit 30, 40 Prozent an Einkapital. Und wir haben mittlerweile eine ganze Menge an interessenten Käufer, die auch bei uns dann gekauft haben, die sie sogar nicht finanzieren. Also müssen. Cash. Das ist halt, ich möchte keine Politik machen. Das sollen die Politiker machen. Das ist ein anderes Thema. Es fallen halt viele Menschen, die die Möglichkeit genommen wird aufgrund der gesamten Situation. Aber wie gesagt, dafür sind wir nicht verantwortlich. Wir können ja nur, wir sind nur der Vermittler zwischen einem Käufer und Verkäufer und versuchen halt das Beste für beide Beteiligten halt zu bekommen. Auch indem wir auch die Dokumentation, alle Informationen zu der Immobilie wahrheitsgemäß zusammen sammeln. Weil auch wenn dann ein Kunde kaufen möchte, brauche in der Regel ja, wenn er eine Finanzierung macht, dann, dass diese Unterlagen stimmig sind. Das heißt, zwischen der Entscheidung und auch einer Finanzierungszusage, dass das jetzt auch dementsprechend professionell abläuft und nicht, wie sehr oft viele Eigentümer sagen, ja, da habe ich jetzt drei Monate lang darauf gewartet, bis dann die Finanzierungszusage oder die Finanzierungsabsage gekommen ist. Wir können das in der Regel innerhalb von einer Woche, vielleicht maximal 14 Tage, können wir das regeln, weil der Finanzierungsberater oder die Finanzierungskreditinstitute, wie auch immer, die bekommen dann alle Unterlagen, die relevant sind, bekommen die. Und das ist halt, da punkten wir auch damit. Und das sind auch dann unsere Käufer oft überrascht, sagen sie, das haben wir nicht in dieser Form erlebt. Und auch gibt es auch Eigentümer, die es vorher schon mal teilweise ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr schon versucht haben, sagte, ja, das wussten wir gar nicht, dass solche Unterlagen überhaupt notwendig sind. Und da stellt sich das große Fragezeichen, Professionalität oder nicht professionell? Absolut. André, jetzt hat sich ja bei dir sozusagen, also wir haben ja, wir arbeiten zusammen jetzt eine Zeit lang. und mich würde mal interessieren, jetzt ohne da super in die Tiefe zu gehen, was unsere Zusammenarbeit angeht, aber wir sind ja jetzt beide sehr lange im Markt, wir haben viel Erfahrung. Du ausschließt mich als Immobilienmakler, ich als Immobilienmakler und in Beratung und Coaching. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt guckt dir die alten Typen mal an da, der könnte ja eigentlich schon lange in Rente sein. Was motiviert dich? Was macht dich heiß? Wo hast du Bock drauf, weiterzumachen? Was treibt dich an? Also als erstes mal die Frage, gut, dass du dir mal stellst, die habe ich mir manchmal, denke ich mir auch, warum, wieso mache ich das? Mir macht mein Job halt sehr viel Spaß, weil ich komme immer mit interessanten Menschen zusammen. Ja, es gibt immer der eine oder andere, die denken, naja, die wollen ja nur Geld verdienen, selbstverständlich, egal wer arbeitet, egal welchen Job du auch machst, man macht es ja, um Geld zu verdienen. Wir wollen Austausch haben, ne? Ja, klar. Das ist richtig. Aber mir macht das mit den Menschen Spaß. Also man lernt gerade, ob ich jetzt in der Akquise bin oder im Verkauf, immer wieder interessante Geschichten von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Immobilie verkaufen oder auch kaufen wollen. Und das ist das, was mich am Leben hält, dass es auch diese guten Nachrichten zu bekommen ist. Das ist aber leider auch nicht immer die guten Nachrichten. Aber ich kann auch in vielen Lebenssituationen, ob das jetzt durch Todesfall, durch Trennungen, versuchen, das Beste zu machen und es auch auf eine respektvolle Art und Weise auch dementsprechend die Kunden zu begleiten. Und das Ergebnis, wenn das Ergebnis stimmig ist und die Käufer oder die Verkäufer glücklich sind, dann bin ich das halt auch. Oder auch unser Team ist dann auch glücklich. Dann hat jeder das bekommen und dann haben wir unser Geld auch redlich auch verdient. Und wie ist jetzt deine persönliche Entwicklung beziehungsweise unternehmerische Entwicklung für die Zukunft? Also jetzt in diesem Jahr und auch für die Zukunft. Wie siehst du das und woran arbeitest du gerade und was macht dich da an? Also der Markt zeigt ja, dass mehr Professionalität gefragt ist. Und gerade in den Zeiten, wo diese Zinssituationen ja sehr günstig waren, da hat ja viele Makler kamen auf den Bildschirm, die vielleicht auch demnächst nicht mehr da sind. Nochmal Stopp. Einfach weitermachen. Es ist die Zeit, wo vor gutem Jahr, wir hatten es ja vorhin gehabt, da hat derjenige einfach die Tür aufgemacht, da hat man eine Immobilie verkauft. Im Endeffekt hat die Immobilie sich aufgrund der Konditionen dann von selbst verkauft. Die Nachfrage enorm groß. Wir hatten einen Verkäufermarkt. Jetzt ist es genau umgekehrt. Das ist wieder der Käufermarkt. Da erinnere ich mich an die Anfänge, als ich als junger Kerl angefangen habe. Da hatten wir teilweise 10 bis 11 Prozent gehabt. Das heißt, ich habe dieses gelernt, zu argumentieren, wie man am besten Marketing für die Immobilien macht. Heute, in der Zeit der Digitalisierung, die Leute immer schnelllebige Entscheidungen treffen, muss man noch eine ganze Menge oben draufsetzen. und aufgrund der Anfänge der letzten Jahres oder Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres gab es so eine komische Stimmung am Markt. Ich glaube, viele Kollegen haben auch gesprochen, jeder hat gejammert und wie auch immer. Das hat mich auch teilweise magisch angezogen. Das hast du mich mitgeärgert. Da habe ich mich geärgert und irgendwie war ich dann auch, ehrlich gesagt, auch nicht ganz so gut drauf dann, weil man hat, egal wo, man angesprochen wird, wie läuft das, wie läuft das und Ähnliches und die Medien tun ja ihren Teil dazu auch beitragen. So, da habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich muss schauen auch mal, was so los ist. Wenn man so in seinen eigenen vier Wänden in dem eigenen Büro nur mit sich selbst beschäftigt und mit der Welt, als wenn man, danke durch deine Zutun auch, habe ich jetzt auch noch zusätzlich weitere Kollegen kennengelernt durch Live-Calls aus Norddeutschland bis Süddeutschland, Ostdeutschland, wie auch immer, sind alle dabei und es ist faszinierend, diesen Kollegen austauschen, diesem Netzwerk miteinander offen, ehrlich zu kommunizieren. Die positiv sind und die nicht jammern. Ja, die tatsächlich positiv sind, weil nur von Menschen, die auch positiv sind, kann man schauen, wie kann man es besser machen und nicht mit diesen Jammermenschen, die dann sagen, wie es nicht geht. Und das hat mich bestärkt in dem, was wir tun und wie wir es tun und mittlerweile auch über die letzten Monate, wo auch über dich und auch die Kollegen, habe ich dann einiges noch dazugelernt. und ich sage mal, an dem Tag, wenn man aufhört zu lernen, da sollte man vielleicht sich mal Gedanken drüber machen. Das ist wie im Kampfsport, ich habe ja früher auch Kampfsport gemacht, als wenn man den Schwarzgurt irgendwann mal hat, als ich sage, da fängt man eigentlich schon wieder als Schüler halt an, weil es gibt so gewisse Grundtechniken, muss man immer wieder machen, immer wieder machen, immer wieder und verfeinern. Und da kommt halt auch die Erfahrung, sowohl bei dir und auch bei mir, als ich sage, wir können ja aus unserer Erfahrung versuchen, dieses wie ein Diamant, der eine richtige Politur oder einen Schliff bekommt, habe ich da einfach Möglichkeiten, auch dieses dann dementsprechend weiterzugeben. Es kostet zwar viel Energie, manchen Menschen das klar zu machen, aber es lohnt sich für alle Beteiligten. Und das ist das, die Herausforderung, mit guter, positiver Energie heranzugehen und nicht es versuchen, wie es nicht geht, sondern wie es geht. Also würdest du, wie würdest du denn, wenn ich sage, das Umfeld, was du um dich herum baust, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor? Auf jeden Fall. Das ist das Ding, oder? Ja. Ja, weil vorher hast du einfach dich anstecken lassen von irgendwo, oder man lässt sich ja auch schnell anstecken, ist ja klar, man kann sich ja gar nicht dagegen wehren, wenn man einfach Leute hat, die, ich sage mal, man muss auch nicht mal jammern sagen, aber so meckern. Immer meckern. Ja, das ist ja eine Mentalität bei uns in Deutschland ja so, das heißt, kommst du aus dem Urlaub zurück, nicht, man redet nicht über die guten Dinge, sondern sagt, ja, ach, der Kellner, der kam immer zu spät oder man hat immer irgendwas zu finden oder wenn einer in Urlaub war, wie du bist schon wieder in Urlaub, warst du ja schon dreimal in diesem Jahr. Also man ist immer so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Menschen haben es oft mal verlernt, einfach auch mal dankbar zu sein, aber auch mal sich über die kleinen Dinge zu freuen, das macht einfach mehr Lebensqualität, Lebensqualität, wenn ich montags zur Arbeit fahre und mal rechts und links schaue und ich sage, die Leute gucken glücklich und freuen sich darüber, dass sie zur Arbeit gehen und nicht darüber ärgern, dass sie zur Arbeit gehen. Ja, absolut. Also Umfeld ist klar, Qualität ist klar, auf den Preis zu achten ist auch klar und am Ende des Tages geht es ums Vollgas geben und einfach weitermachen und ich denke, das können wir sagen, einfach auch den Erfolg und die Firma zu kreieren und einfach dran zu bleiben, oder? Das macht auf jeden Fall Sinn. In diesem Sinne danke ich dir sehr, dass du da warst und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und natürlich auch, weil es nicht mehr weit weg ist, schöne Weihnachten. In diesem Sinne. Danke lieber Heinz und auch dir, schöne Weihnachten. Vielen Dank.